Wir müssen eine Woche aufspüren. Aber das ist halt dann wieder erst, wenn du mal wirklich aus Versehen einen umbringst. Ja, dann stimmt, ja. Bei mir ist das scheißegal, wenn einer von meiner Fresse rumläuft, und ich sehe da einen Gegner, dann balle ich dich dumm rum. Cool, Toasty. Teamplayer, würd ich sagen. Der ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal, der ist nur so. Keiner hat einen von euch von meiner Fresse rumzuladen. Oh, Digga, man, hier um ist keiner, kannst du hoch. Kennt sich da aus, Toasty? Ah! Warte mal, wo müssen wir hin? Da hinten, genau. Ich renne hier total falsch, Alter. Wer fährt mit der Drohne rum? Ach, der ist ein random Typ. Hast du hier aufgemacht, Toasty? Die sind hier drinnen. Ah, die sind hier im Fenster. Ich hab'n Laserpointer gesehen, der muss hier links sitzen. Einen hab' ich. Ja, hier ist bei mir einer vorbei gerannt. Ah, ich bin low. Tot. Tot! Hier ist einer hinter der Wand. Wer ist das? Da steht noch einer. Da ist einer verletzt. Ich hab' ihn auch, kann abkill. Oh, mein Gott, schieß' ich gerade behindert. Oh, shit. Alter, shit. Ich bin fast tot. Ja, ich hab' auch nur noch 7 HP. Jetzt kümmern wir uns mal um die Gipswand. Ich versuchts meine Einstellungen kurz, müssen ändern. Scheiße. Du hast ihn etwa verfallen gelassen. Digga, ich seh' den nicht mal. Nein, oh man, warum aufs Gehen jetzt, wenn ich meine Option ändere? Ja, ist das kacke. Und? Oh, er kommt natürlich raus, Mann. Ja, das meine ich halt mit dem Run-out. Ja. Ist er noch draußen? Die sollten das sofort anzeigen, wenn einer rauskommt, Mann. Ja, komm, links, 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 links. Ja, ich hab' das Fenster geguckt. Aber gut, das hab' ich ja auch schon mal gemacht. Oder mach' ich öfters? Ey, ich will bloß draußen zwei Leute vorschlagen, ne? Die PS4 hängt sich halb auf. Ich komm' nicht mehr rein. Er ist auf Battlefield 5 drauf. Ich drück' aus Versehen X. Er braucht ne Stunde, um zu realisieren, dass ich 50.000 mal Kreis gedrückt hab'. Alter, es ist nervig, Mann. Es ist nervig. Es ist die verfickte PS4 Pro. Er kauft euch bloß diese Scheiße nicht. Ey, spart euch das Geld, Mann. Es ist Quatsch. Xbox One. Alter, ist das... Ey, nee. Jedes Mal. Jedes Mal. Wenn ich bei Battle... Wenn ich Battlefield 5 spiele und ich möchte einfach nur bei den Nachrichten was gucken, hängt sich die Playsee auf. Ich brauch' ne Minute, ehrlich, wieder in Battlefield 5 rein kann. Ich bin dreimal tot in Battlefield 5. Ja, das Gefühl hab' ich auch manchmal. Ey, das ist nervig, Mann. Ey, ganz ehrlich, das kann doch nicht sein, dass eine Konsole sich so aufhängt, Mann. Ich hab' die Weste kaputt gemacht. Hast du dir auch zerschossen? Ja, ich hab' die Drohne zerschossen. Da waren die Westen. Oh, Ficken. Scheiße. Ja, ich hab' die... Jetzt kann ich keine mehr rausgeben. Scheiße. Oh, nee, das ist Bombe. Oh, nee. Nee. Wir sind da am Arsch, Mann. Ich hör' die doch schon von irgendwo. Die denken, sie können uns ficken, Mann, das dürfen wir nicht zulassen. Hurensohn. Du hast den Kopf gesehen, du Bastard. Spike, ist bei dir einer? Sag mal Bescheid, wenn ich irgendwo einer ist. Ich hör' irgendwo Schritte, ja. Da hat halt einer durchgeguckt hier. Hier bei mir. Ja, da ist er. Draußen. Ich glaub' die Bahn ist und uns. Ich glaub' die Bahn ist und uns. Ich glaub' die Bahn ist und so. Ja. Geh' mal weg, Spike. Geh' mal weg, ich hab' ihn angehittet, aber lebt noch. Lebt sie noch? Oh shit. Hier bei mir auch. Blöds ist tot. Oh fuck, bin ich blöd. Oh Gott. Sie ist ja sehr gesprengt. Ich hab' die Granate gegen die Kante geflogen, das ist doch ein Scherf. Alter. Er hat mich eliminiert. Die sind alle hier draußen, sind alle hier draußen. Oh fuck, ey. Ach, Mann. Wie heißt das so schön, wer die Granate stirbt? Ich bin noch drauf gewesen, Mann. Wir sind noch zwei, das können wir noch schaffen. Hätte nicht meinen Kopf getroffen, jetzt schüttel ich mich. Sind sie bei mir, sind sie bei mir? Wo? Wo ist bei dir? Ich hab' die Umgeschritte bei mir. Nein, 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 waren irgendwelche Schritte hier. Hier. Ja, irgendwo hab' ich Umgeschritte gehört. Einer verkehrt, ja. Meine giftigen kleinen Kaltchen sind platziert! Ist so weit geworfen Tosi, glaub' ich. Du wirst entdeckt, wenn du in dieser Zone bleibst. Schön. Nur noch ein Gegner übrig. Dein Anruf ist gefährdet. Wenn du in dieser Zone bleibst, wirst du von Feinden entdeckt. Nachladen! Ich werd' dauerhaft gespottet. Ich weiß nicht von was. Alter, Tosi, was hast du denn für eine Sensibilität drin? Warum? Weil du dich übelst schnell bewegst. Ich hab' da extrem hoch eingestellt wahrscheinlich. Ich werd' hier dauerhaft gespottet! Von was? Gib dein Koffer auf, komm! Twitch Drohne, passt auf. Oh, nice. Föhnmann. idioten park das land mal die vorgeschlagenen leute einmal die olle switch man die olle switch so es geht ja läuft bei euch kein entweder später als später später nicht mehr da ich weiß nicht wann du kommst normalerweise kommt ihr immer erst nach zehn wenn ich weg bin weil ich gewusst hast du schon um acht wieder da sind die richtung prämen der mann so viel schaden hier na welches level bisschen stefan du bist durch oder 29 ist ja noch die alte kiste hunde vorbei zwei leben auch die ficken uns bestimmt jetzt haben wir alles schon gehabt haben wir alles schon gehabt man das leben bloß noch zwei lassen wir ficken alle tot ja hier rein ich gehe da ich schieße nicht sonst hätte ich team kill alles gut ich habe durch die ich habe durch die wand geschossen und auf einmal kommst du angerannt minuspunkte minuspunkte gekriegt 100 ich würde sonst naja erst habe ich trotzdem nicht schöne runde also gut jetzt das rüstungspaket nicht kaputt schießen ja da war eine drohne ich habe drauf gehalten und war das paket auf einmal die ganze zeit überlegt was für ein paket denn bitteschön einkaufen alle leben für ich wurde angeschlossene kacke dosi verzau die nachtrang man glaube ich habe trotzdem noch gemütet ich hörte hier irgendwo ach hinter der lampe den dropper hier oben hat nur jemand habe ich ein sammlerstück ist er schießt sich wieder gegenseitig ernteerfolge was ist denn das ernteerfolge da vorne hier oder das man hier will auch jemand töten mann die draußen nein oben über uns über uns nein ich weiß noch nicht ich fand die feier gekriegt toll scheiße ich sehe ich dass ich das abgeschlossen habe du musst alles abschließen und er sehe ich das an wenn ich es abgeschlossen habe ja ja wird dann an wenn du alles abgeschlossen hast wird er angezeigt und die machen hier auf die machen hier auf jetzt auch noch mal zum abbauen hier ist auch noch mal was einer ist hochgegangen die sammlerstücke müssen sein wenn du so looten die du überall findest wenn du so grüne sachen an der wand siehst so grüne kreise die kannst du aktivieren wo ist denn der der weiß alles diga er hat mich gepistet ich habe mich von dem punkt noch überholt diga ich hasse es nach battlefield zu spielen wenn man eben dann ich weiß es nicht voll komisch gut 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 gut